Herrmann wird der meiste Hinterliegen im Demonstrationen sprünkt oder im Sprünkt über egal welche Hindernisse drüber hinweg. Unsere Biker sind am Start und in dieser Hinsicht wollen sie jetzt hier einige Jumps über mehreren abgestellten PKWs präsentieren. In der ersten Situation und Aktion haben wir jetzt erst einmal drei Fahrzeuge an den Start. Die drei Fahrzeuge sollten jetzt überprüfen werden von unseren zwei.